Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, Sie heute zur Reihe Wendegespräche des offenen Kanals Magdeburg begrüßen zu dürfen. Ich bin Sascha Möbius, Leiter der Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg und ich freue mich heute ganz besonders, Herrn Johannes Ring, Vorsitzenden der Vereinigung der Opfer des Stalinismus, VOS, hier begrüßen zu dürfen. Johannes, bei den großen Kundgebungen und Demonstrationen im Herbst 1989 spielte ja auch die Frage der politischen Gefangenen, der Verbrechen der Staatssicherheit zunehmend ab dem November eine sehr große Rolle. Und ich freue mich deswegen natürlich besonders, Dich hier begrüßen zu dürfen als ehemaligen politischen Gefangenen, der sowohl die Staatssicherheit am eigenen Leib erleben musste, als auch dann selber ganz aktiv in der friedlichen Revolution in Magdeburg mit dabei war. Und ich würde Dich gerne zuerst fragen, dass Du uns nochmal erzählst, wie ist es damals, viele Jahre vor der friedlichen Revolution, zu Deiner Verhaftung gekommen und was hast Du damals bei der Staatssicherheit erlebt? Guten Tag meine Damen und Herren, hallo Sascha. 1958, ich hatte also meine Grundschulzeit beendet, ich hatte meine Bäckerlehre beendet, ich hatte endlich meinen Traumberuf erreicht, ich wurde Seemann. Es ist ja nicht ganz üblich, dass die Binnenleute, also Leute aus dem Binnenland Seeleute wären, aber als ich in Rostock angekommen bin, habe ich gemerkt, dass sowieso die meisten Seeleute aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder weiter südlich kamen, davon mal abgesehen. Ich war Hochseefischer, das heißt, wir durften die Ostsee nur durchfahren, ab Nordsee Fischen, das zog sich hoch bis Labrador, Grönland, Island, Barensee. Und wie es so kommt, auch bei schlechtem Wetter, mussten wir öfter Häfen anlaufen, also Häfen des damaligen nicht-sozialistischen Auslandes. Und dort lernte man das kennen, was einem hier vorenthalten wurde. Das heißt, wir sahen, wie der Lebensstandard der Bevölkerung wirklich war, da wir uns auch mit vielen Fischern und so unterhalten haben, wussten wir auch, wie die Lebensbedingungen waren. Wir bekamen Geld, wir wussten also, was wir mit dem Geld uns auch kaufen konnten. Es gab alles nicht bei uns die übliche Frage, haben Sie, sondern man sagte eben, was man wollte. Und es war eine völlig neue Welt, die sich einen aufgetan hat. Heute könnte jeder im Fernsehen gucken, Reisebeschreibungen, fremde Länder kennengelernt. Damals war das eben noch nicht so. Und ich habe natürlich auch das, was ich gesehen habe, erzählt. Das war schon staatsfeindliche Hetze, denn das, was ich erzählt habe, stand im Widerspruch zu dem, was die offiziellen Zeitungen schrieben, also die Parteiorgane. Und ich habe auch, und das gebe ich ehrlich zu, wenn wir von Labrador kommen, durch den Nord-Ostsee-Kanal gefahren sind, je nachdem Kiel-Oltenau oder Brunsbüttelkog, an den Zeitungskiosken auch Illustrierte gekauft, die man aufgrund der knappen Zeit, die dann noch war, man muss ja, das Schiff wurde ja gesäubert, nicht auslesen konnte und eine West-Illustrierte wegschmeißen, das war mir zuwider. Nicht nur, weil es eine West-Illustrierte war, sondern weil ich neugierig war, was steht dann drin? Und wie es so war, diese nicht ausgelesene oder später von mir ausgelesene Zeitung oder mehrere Zeitungen, habe ich dann natürlich auch weitergegeben. Kumpels, Nachbarn, Freunde und eine West-Illustrierte wurde nicht weggeschmissen, egal wie alt sie war, die ging rum, von Haus zu Haus. Und wenn ich nach etwa vier Wochen so lange dauerte, eine Reise wiederkam, brachte ich neue Zeitungen mit und die letzten waren vielleicht noch nicht mal ganz ausgelesen. Das wurde alles registriert. Was ich nicht wusste, war erstens, dass wir an Bord des Schiffes einen IM hatten, der fleißig Berichte geschrieben hat, und dass es außer den offiziellen rund 170.000 IMs, ich meine damals noch nicht so viel, auch viele inoffizielle Mitarbeiter gab, die aufgrund ihrer Partei- oder Gewerkschaftszuhörigkeit freiwillig für die Stasi arbeiteten. So auch bei mir, im Haus der Hochseefischer in Rostock, schrieb ein BGLer, auch der Name, Gese, heute würde man den Namen nicht mehr kriegen, er wäre heute geschwärzt, aber gleich Anfang der 90er Jahre war das noch, schrieb über ein Treffen von vier Seeleuten im Haus der Hochseefischer. Sie kauften Bier und Schnaps und gingen auf ein Zimmer. Wortwörtlich, da ich weiß, dass sie alle vier staatsfeindliche Äußerungen gegen unseren Staat unternehmen, kam bei mir der Verdacht auf, dass sie dort alle diese Gemeinheiten ausbrüten. Diesen Bericht lieferte er der Stasi. Die Stasi legte daraufhin eine Vorlaufakte an. Vorlaufakte heißt, man wurde ständig bewacht, ständig bespitzelt und stand im Grunde schon mit einem Fuß im Kittchen. Ich wusste es aber nicht. Aber es war mir insoweit, dass eine Vermutung ausreichte, um vier Leute praktisch zu kriminalisieren, sagen wir mal. Wenn ich mir das heute überlege, würde ich sagen, naja, entweder hat einer Geburtstag oder wir haben Skat gespielt. Ich weiß es nicht mehr, gebe ich ehrlich zu. So, und dann kam der, ein Jahr später, also 1961, der berühmte 13. August. Ich glaube, jeder DDR-Bewohner weiß, was dort los war. Bloß es wurde nicht die Mauer gebaut, sondern offiziell hieß es ja der antifaschistische Schutzwall. Wobei die Begründung so hanebüchend war, dass man sie eigentlich gar nicht wiederholen durfte. Die westlichen Revanchisten wollten mit Hilfe der Bundeswehr durchs Brandenburger Tor marschieren, obwohl Berlin entmilitarisierte Zone war, aber davon abgesehen. Am 14. August wollten wir auslaufen. Wir mussten alle in den großen Speisesaal kommen. Wenn ich sage, wir, das waren etwa vier Schiffe, locker Trauler, mit jeweils rund 30 Mann Besatzung, also 100, 120 Personen waren in diesem Saal und dort erklärte eine Instrukteurin aus Berlin uns, warum der antifaschistische Schutzwall gebaut werden musste. Naja, man hört sich das eine ganze Weile an. Wir waren jung, ich war 20 Jahre, die anderen Seeleute auch nicht viel älter, die Offiziere waren älter, aber die normalen Seeleute, die Jüngeren waren alle jung. Und wie das so ist, man hört sich das eine Weile an und irgendwann platzt einen der Kragen, da wir es ja anders wussten. Denn wenn wir spätestens in dem Moment, wenn wir hinter England waren, bekamen wir keinen DDR-Rundfunk mehr, sondern wir hatten nur noch die Sender der alten Bundesländer oder beziehungsweise Kanada. So, und irgendwann platzt mir auch der Kragen und ich melde mich und sagte, ganz trocken, ihr habt doch die Mauer nur gebaut, weil euch die Leute abhauen. Und im Nachhinein weiß ich, oder aus heutigen Unterlagen, dass alleine bis zum 13. August 1961 rund 18.000 Bürger die DDR verlassen hatten, über West-Berlin. So, und wie das so ist, wenn einer was sagt, sagen alle was. Der Damm war gebrochen. Diese relativ junge Instrukteurin wurde regelrecht fertig gemacht, gebe ich ehrlich zu. Waren nicht immer ganz feine Ausdrücke, die gefallen sind. Wir sind aufgestanden, haben die Frau stehen lassen, sind weggegangen, zu unserem Schiff gegangen, sind ausgelaufen, weg waren wir. Was ich nicht wusste, war, dass die Stasi rotierte hinterher. Das war dann weg. Ich war also nach dem 13. August noch in Norwegen. Komme wieder. Ich hatte meine gesamte Verwandtschaft hier. Man war sich eigentlich keiner Schuld bewusst, denn laut Verfassung der DDR herrschte ja Meinungsfreiheit. Tja, bloß als ich ankam, standen dort drei Herren mit einem EMW, diese Eisenacher Motorenwerke, und baten mich, Zwecksklärung eines Sachverhaltes mitzukommen. Die Bitte wurde sehr ausdrücklich vorgetragen. Und diese Zwecksklärung eines Sachverhaltes, ob sie in Rostock, Dresden, Berlin, egal wo man verhaftet wurde, war das eine stereotype Floskel der Stasi. Tja, ich wurde dann in die U-Haftanstalt Rostock gebracht, der Staatssicherheit, in den Neubau. Und dort wurde mir mitgeteilt, dass ich wegen staatsgefährdender und staatsfeindlicher Propaganda und Boykotthetze gegen die Sowjetunion angeklagt werde. Boykotthetze gegen die Sowjetunion beruhte darauf, dass wir, wir haben uns zweimal in der damaligen Sowjetunion auch erzählt haben und uns lustig gemacht haben über den doch relativ niedrigen Lebensstandard, über die Allmacht der dortigen Polizei und das verstießt auch schon wieder gegen das, was eigentlich über den großen Bruder gesagt werden durfte. Ja, und Hetze, das war Erzählen, was man gesehen hatte, das war das Mitbringen der Zeitungen, dass man sich mal auch über übrig lustig gemacht hat, Erzählen eines Witzes, also alles, was im Grunde auch viele, viele andere gemacht haben, aber mich hatten sie nun mal erwischt. Tja, ich war dann bei der Stasi rund sieben Monate in Einzelhaft, also totale Isolierung, wurde vernommen, mal am Tage, mal Tag und Nachts, mal nur nachts, wobei das Nachtvernehmen besonders schlimm war, weil man am Tage nicht schlafen konnte. Anders als hier in der Gedenkstätte am Moritzplatz waren dort Klappbetten in Rostock, die am Tage hochgeschlossen worden sind. Man konnte dann fast im Stehen schlafen, man wurde müde gemacht, ich sage es ganz ehrlich, wir wurden nicht geschlagen, aber bis zum Anerrand der physischen Erschöpfung vernommen. Dazu die Isolierung, die Menschenunwürde, die Behandlung und die Verpflegung. Offiziell Logo war, ihr sollt hier nicht fett werden, aber auch nicht verhungern. Verhungert sind wir nicht, aber fett geworden, garantiert auch nicht. Tja, und irgendwann gab man dann seinen Widerstand auf, hat das unterschrieben, was der Vernehmer wollte, er legte einen das schon hin und hatte ja immer noch im Hinterkopf den Gedanken, naja, wenn es zu einem Gerichtsprozess kommt, kannst du ja sagen, wie es dazu gekommen ist, dass du dieses Geständnis unterschrieben hast. So naiv war ich das. Ich kannte nicht diese Vernehmung, ich war noch nie auf einem Gericht. man hatte ja immer noch die Vorstellung, wie man mal so gelesen hat, das könnte ja sein. Tja, so ungefähr, sagen wir nach knapp sieben Monaten, etwa zwei, drei Wochen war ich schon nicht mehr zur Vernehmung geholt worden. Dann wird man auch wieder unruhig, was brühten die jetzt aus? Wurde in eines Abends zum Vernehmer gebracht, vom Schließer, der nur außer kommen sie und gehen sie nicht mehr sagte, in das Zimmer des Vernehmers gebracht und dort saß an einem ländlichen Tisch ein mir unbekannter Mann, der stellte sich als mein Verteidiger dar. Morgen haben sie ihren Prozess, also wusste ich, dass morgen mein Prozess ist, unterhielt sich mit den Stasi-Vernehmern, die sich direkt gegenüber saßen, diskutierten meinen Fall und der Vernehmer sagte dann, also wir sind uns mit ihren Verteidiger einig, das läuft morgen so etwa vier Jahre Zuchthaus hinaus. Ich war noch 20 und rein zufällig hat dann auch die Richterin das Urteil von vier Jahren Zuchthaus verkündet. Der Kommentar des Verteidiger war, nehmen Sie an, sonst wird es noch mehr. Als wenn die Strafe nicht schon genug war, wurde noch zusätzlich verkündet die Richterin, Sie werden in der DDR nie wieder zur See fahren dürfen. Also auch noch Berufsverbot. So, jetzt stand ich da mit vier Jahren, im Alter von 20 Jahren vier Jahre Zuchthaus und Berufsverbot. Im Grunde war meine Welt zusammengebrochen. Und wenn ich dich das nochmal fragen darf, musstest du diese ganzen vier Jahre dann in der Strafhaft verbringen? Nein, in der DDR brauchte man die ganzen Jahre nicht absitzen, man wurde meistens ein oder zwei Tage früher entlassen, wenn nämlich ein Wochenende dazwischen war. Sonst hätte man ja ein oder zwei Tage länger gesessen. Ich wurde also vier Tage früher entlassen, weil ein längeres Wochenende dazwischen lag. es war es war ja auch nach der Entlassung noch lange nicht Schluss mit Bespitzelung damit, du hast es angesprochen, Berufsverbot. Wie ist es dir nach der Entlassung in der DDR ergangen? Was waren deine Alltagserfahrungen als ehemaliger politischer Gefangener? Also die Alltagserfahrung war und das hat man auch offen spüren lassen, dass man ständig beobachtet wurde, dass ich zum Beispiel Aufenthaltsverbot für Rostock hatte, fünf Jahre dort nicht hinfahren durfte. Ich muss sagen, ich hatte Glück. Einer meiner Brüder hat mich hier in Magdeburg aufgenommen. Dadurch hatte ich keine Wohnung. Er hat mir auch einen Job im damaligen Skett, also Werk besorgt, Ofenmann. Das war eine Hilfsarbeiter, aber eine relativ gut bezahlte Stelle. Und später wurde ich Bohrwerkdreher. Das hatte er organisiert. Aber er fragt nicht, was Bohrwerkdreher ist. Diese Frage habe ich mir damals auch gestellt. Wenn ich heute vor Zeitzeugen sprechen, Jüngeren, und sie erklären mir, was sie gerne werden wollen, empfehle ich immer, werdet Bohrwerkdreher der beste und interessanteste Beruf innerhalb der Metallbranche. hatte. Also insofern hatte ich Glück. Weniger Glück hatte ich im allgemeinen Leben. A, ich habe meine Frau kennengelernt, meine heutige und einzige Frau. Sofort wurde eine Akte über meine Frau und ihre Eltern wiederum angelegt. Das konnte ich, wie gesagt, alles anhand der Stasi-Unterlagen erkennen. Ich habe während der Umschulung, die in zwei Jahren, also ein Jahr Theorie, ein Jahr Praxis, im Abendstudium lief, also Studium ist übertrieben, Abendunterricht, meinen Abschluss als Bauwerksträger gemacht, bekam von unserem Fachlehrer eine Delegierung zur Ingenieurschule, bin siegessicher damit zur Kaderleitung, also heutige Personalleitung gegangen. Der guckte mich groß an, nahm den Zettel, zerriss ihn und meinte, sehen Sie, was wir damit machen, Sie dürfen arbeiten, sonst nichts. Tja, das war die erste Enttäuschung. Nun war ich Bauwerksträger, ich muss ehrlich sagen, ich habe relativ gutes Geld verdient, die Arbeit gefiel mir, aber man merkte, dass die Post, es kam nicht jeder Brief an, wunderte mich nur, wenn meine Bekannten von drüben dann schrieben, warum hast du nicht auf Paket geantwortet, wenigstens bedanken hättest du dich können, also wusste ich, dass da wieder eins verschwunden ist und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl wir die gesamte Verwandtschaft hier im Osten wohnen hatten, meine Familie, kamen Pakete von Onkel Theodor und Onkel Theodor und Tante Käthe. Meine Frau sagte, wir haben noch gar keine Verwandtschaft, ich sage, ich kenne auch keinen Onkel Theo, aber ein Westpaket wurde geöffnet über den Geruch, das kann man nur beschreiben, das sieht man ja und kann man hier leider im Fernsehen nicht riechen, aber jeder ältere DDR-Bewohner kennt das noch, das war wunderbar, dann kam das nächste Paket von Tante Käthe, wieder das Raten, wer ist denn das, bis dann einmal ein Brief kam, das war die Organisation Helfende Hände von Gerhard Löwenthal. Die hatten über andere Häftlinge, mit denen ich in Brandenburg zusammen war, die aus den alten Bundesländern stammten, meine Adresse erfahren und unterstützen mich. War ein schönes Gefühl. Ja, aber das eigentliche Problem war die Arbeit, die fiel mir leicht, aber ich wusste, dass ich beobachtet wurde, ich wusste, dass mein Meister jeden Monat einen Bericht schreiben muss, ich kann heute noch in meinen Unterlagen nachlesen, wann ich Urlaub hatte, wo ich im Urlaub war, in welchen Schichtsystemen ich gearbeitet habe, also nicht nur in diesen drei Schichten, sondern welche Schicht ich gerade in der Woche gehabt habe, wo ich hingefahren bin, Besuche empfangen haben, kann ich alles nachlesen. Und zur Ehrenrettung muss ich sagen, wir hatten bei uns eine Abteilung, Bohrwerksabteilung, einen Meister, der ein ganz treuer Genosse war, auch seinen Bericht geschrieben hat, und ich habe immer im Stillen gedacht, naja, der wird dich fertig machen. Aber ich habe mich bei Ihnen in den 90er Jahren persönlich entschuldigt, gesagt, deine Berichte waren so sachlich, ich hätte das von anderen mir auch so gewünscht. Der hat geschrieben, guter Arbeiter, aber politisch interessiert er sich nicht, so ungefähr. Also dreiviertel Seite über die Arbeit, der Rest so Politik. Da sagte er mir, ich bin zwar Genosse, aber ich scheiß es doch keinen an. Ich schreibe nur das, was wirklich war, und deswegen Hut ab vor diesem Mann, auch wenn er jetzt gestorben ist, das muss ich ihm persönlich sagen. Konntest du denn über deine Hafterfahrungen, du hast es ja angedeutet, die sehr schwer waren, Isolationshaft, und konntest du da, trotz des Verbotes, darüber zu reden, mit Leuten dich austauschen, wussten Leute in deinem Kollegenkreis, dass du politischer Gefangener gewesen bist? Es waren ganz wenige ausgesuchte Kollegen, denen ich das erzählt habe, denn wie gesagt, wir hatten ja eine Schweigeverpflichtung unterschreiben müssen, ganz wenige Kollegen, die das wussten, aber das waren auch Kollegen, wie gesagt, auf denen ich mich hundertprozentig verlassen konnte. Natürlich wusste das meine Verwandtschaft, meine Frau wusste das, aber meiner Tochter habe ich schon nicht mehr erzählt, warum. Das Problem war ja, dass wir unser Urteil, alle politischen Häftlinge, zwar zur Unterschrift vorgelegt bekommen haben, aber dann wurde es uns weggenommen. Wir haben das erst im Zuge der nach 1990 unser eigenes Urteil wieder auskändig bekommen. Wie sollte ich einem Menschen erklären, vier Jahre, ist eigentlich eine relativ lange Zeit, sagen wir übertrieben, für nichts. Und du hast mal erzählt, dass man ja versucht hat, dich noch zur NVA, zum Wehrdienst zu rekrutieren und das war ja auch einer der Punkte, wenn ich das noch richtig erinnere, wo du dich ja durchaus schon widerständig gezeigt hast. Widerständig es war Notwehr, würde ich eher sagen. Ich wusste, wenn ich wirklich, ich sollte noch einmal ein halbes Jahr zur Volksarmee gehen, und zwar 1975. Zehn Jahre nach Deftentlassung war ich offiziell rehabilitiert, obwohl die Akten trotzdem alles weiter drin enthielten, bekam eine Einladung zur Volksarmee. Ich sage ganz ehrlich, das war so eine blau-graue Karte, ich habe die genommen zerrissen, ich wusste nachher nicht, was drauf stand, aber hat mich auch interessiert, ein Vierteljahr später die zweite wieder zerritten, dann kam eine dritte und die war rot unterstrichen, wenn sie jetzt nicht kommen, werden sie vorgeführt. Und da habe ich mich mit meiner Frau beraten. Ich wusste, ich schaffe es nicht, ein halbes Jahr auf gut Deutsch die Schnauze zu halten, denn man wird auch bewusst provoziert. Und als Armeeangehöriger einzusperrt zu werden, das bargte mir überhaupt nicht. Also habe ich versucht, umgedreht, die zu provozieren. Und das ist mir wunderbar gelungen. Das war so ähnlich wie 1989. Die Politiker, in diesem Fall auch die Militärs, waren es gewohnt, dass ihre Anordnungen befolgt werden. und sobald etwas war, was nicht eingeplant war, waren diese Leute auch artlos. Das fing also an, dass ich mich unten über den Förtner lustig gemacht habe, obwohl der in der Armeeuniform dort saß. Ich habe ihm noch erklärt, er soll sich weiße Handschuhe drunter machen, dann könnte er als Förtner stehen, schicken sie hoch. Oben stand eine Tresen. Eine relativ junge Frau sagte, den Wisch habe ich bekommen. Über das Wort Wisch ist sie richtig aufgeregt gewesen. Das ist ein Ehrendienst. Na ja, ich sage, Ehren sieht mir anders aus bei mir. Dann fing es an. In dieser Karte stand drin, sie haben zwei Passbilder mit zu bringen. Ich habe keine mitgebracht, bewusst nicht. Als sie dann fragte, warum, ich gesagt, ich habe kein Geld. Es gibt zwei Genosse Hauptmann kam, hörte sich das an, zuckte die Schultern, weiter schicken. Es traute sich keine eine Entscheidung zu treffen. Dann kam der medizinische Schick, ich weiß jetzt nicht, die Reihenfolge war das erste Hörtest und dann der Sehtest, ist ja auch egal. Ich habe nichts gehört. Kerl, Sie brauchen einen Hörgerill. Ich sage, ich weiß, aber wissen Sie hier, Sehtest nicht viel gesehen, fast nichts. die setze ich nur sonntags auf, ich muss sie schonen. Jeder hat mich weiter geschickt. Kein Einzelner hat gesagt, stopp, hier stimmt was nicht. Weiter soll doch der letzte Entscheidung treffen. Der letzte war die Musterungskommission. Der sagte mir, sie werden motorisierter Schütze. Ich sagte, was ist das? Ich bin ja Zivilist. Er hatte mir erklärt, dass ich mit einer Waffe und so schieße ich keine Waffe an. Sie schießen in den sechs Monaten nur auf Pappkameraden. Dann habe ich ihm erklärt, dass das ein Schwachsinn ist. Ich bin hier im sozialistischen Aufbau beschäftigt, schaffe Werte für unsere Volkswirtschaft und jetzt soll ich sechs Monate nur auf Pappkameraden schießen? Das begreife ich ihre Freunde sind nicht meine Freunde und Fakt ist, wenn ich eine Waffe in Hand nehmen muss, schieße ich nach hinten. Zwei Minuten später war die grüne Minna da. Wobei das Wort grüne Minna ist umgangssprachlich, aber zu DDR-Zeiten gab es keine grüne Minna. Da gab es Kastenwagen, Barkas, Pritschenwagen, da stand vielleicht drauf, esst mehr Brötchen, trinkt frische Milch und innen waren Zellen eingebaut, also von außen nichts zu erkennen. Die brachten mich, das war mein Glück, zur K1, als zum Hassbach, zur politischen Polizei. In den Stasi-Unterlagen steht drin, warum wurde der nicht zu uns gebracht. Welche Panne da existiert, weiß ich nicht, aber ich war dort. Und die Vernehmung bei dieser Polizei im Vergleich zu den Stasi- Vernehmungen war ein Lacher. Irgendwann resignierte der und sagte, nun sagen Sie mir doch, was Sie gemacht haben. Ich sagte, Sie haben mich doch einsperren lassen. Was werfen Sie mir denn vor? Ja, Sie haben, ich so, haben wir Meinungsfreiheit, ja oder nein? Ja, räumt er dann ein. Und dann kam sein letzter Trumpf. Aber Sie haben so laut geschrien, das war Propaganda und das ist nicht erlaubt. Und in dieser kleinen Gesprächspause hörte man aus dem Nebenzimmer die Sekretärin irgendetwas sagen. Ich weiß nicht was. Ich sagte, Ihre Sekretärin macht ja auch gerade Propaganda. Was machen? Ihm blieb nur noch eine Lösung, den schicken wir erstmal im Knast. Also an der Sunenburger in Sunenburger Fängnis eingeliefert worden, das übliche Prozedere durchgemacht, Effekten abgeben, eine Nacht dort geschlafen, am nächsten Morgen musste ich zur Effektenkammer, meine ganzen Effekten wurden richtig registriert, ich musste unterschreiben, sagte noch, bring Sie nicht so weit weg, ich werde bald entlassen. Der Wachtmeister guckte mich an wie einen vom anderen Stern. Und zwei Stunden später standen Staatsanwälte da, Herr Ring, Sie werden entlassen, wiederum mit diesen beiden Leuten den Gang zur Effekten Kammer. Der Wachtmeister hat mich nochmal so angeguckt, Kopf geschüttelt, er wusste nicht, was er sagen sollte. Die Staatsanwälte brachten mich dann bis vor die Türen und sagten sie frei, ich sage erst mal Stopp, mein Trabant steht am Domplatz und ich sage, war meine Frau bei Ihnen? Ja, ich sage, dann weiß ich auch, warum Sie mich freigelassen haben. schnell sinken. Und ich sage ganz ehrlich, wir haben gesagt, jetzt oder nie. Es klappte. Meine Frau hatte gedroht, dass ein Brief unterwegs ist. Horst Erdmann, ehemalige politische Häftling, der auch in Brandenburg gesessen hat, war beim Rias beschäftigt, der würde den abends ausstrahlen. Dieser Brief kommt an, den können Sie nicht mehr abfangen. Das reichte aus, um mich sofort zu entlassen, denn man wollte ja nicht dem Genossen Honecker, der in diesem Kreis, der ganz groß nun saß, noch, sagen wir auf gut Deutsch, Knüppel zwischen die Beine werfen, ich wurde entlassen. Skett hat zwei Tage Musterung bezahlt, ich musste drei Tage später wieder hin zum Wehrbezirkskommando und dort teilte man mir mit, Sie sind ausgeschlossen aus der Nationalen Volksarmee, es sei denn, der nationale Verteidigungsnotstand wird ausgerufen. Als ich sagte, die drei Tage, die noch existiert, kann sie mich verstecken, rausgeschmissen. Ergebnis meiner Akte wurde schwärz, aber schwärz als schwarz gibt keine Steigerung mehr. Hannes, dieses ganze System war ja darauf angelegt, Menschen, die das System kritisiert hatten, deswegen inhaftiert worden sind, mundtot zu machen, zu entmutigen, zu brechen. Du hast aber trotzdem im Herbst 1989 den Mut gefunden, dich aktiv an dieser demokratischen Bewegung zu beteiligen. Kannst du uns darüber berichten, was hast du damals gemacht und was hat dir die Kraft gegeben, das auch zu tun? Also das Wort dem Mut gefunden, muss ich unterstreichen. Wir waren nicht wohl dabei. Und ich habe von vielen ehemaligen politischen Häftlingen gehört, die sich lange, lange zurückgehalten haben. Aber wir hatten in Magdeburg eine besondere Situation. In Magdeburg trafen sich am Donnerstag die Ausreisemilien am Barlachdenkmal im Dom. Vor zwei oder dreimal da. Wenn ich zwischenfragen darf, hattest du auch einen Ausreiseantrag gestellt? Ja, ich hatte mehrere, was ich aber nicht wusste erst vor gut anderthalb Jahren. Bei einer neunten Überprüfung meiner Stasi-Unterlagen wurde festgestellt, da steht direkt drin, Ausreisesperre gemäß Dienstanweisung des Genossenminister und dann ist eine Nummer. Also ich konnte stellen, was ich wollte. Ich habe, sage ich ganz ehrlich, gedacht, naja, wenn du 65 bist, kriegst du den berühmten Tritt im Hintern und jetzt sind wir dich los. Aber Gott sei Dank ist es früher gekommen. Ja, hier noch mal zu meinem Mut. Es war nicht so sehr der Mut, es war mehr der Trotz. Du gehst in die Kirche, da treffen sich Leute, die wie du auch ausreisen wollen. Und du unterhältst dich mal mit Gleichgesinnten. Und gerade die Ausreisewelle hat ja in den Mitte, Ende 80er Jahre ungeahnte Ausmaße angenommen. Selbst das Zeigen von einem weißen Bändchen am Auto war ja schon für Ausreisemilie war verboten. Oder wenn ich mir vorstelle, Blumenbänke in Form eines A im Fenster zu stellen, war Nötigung der Behörden. Also man hat versucht, mit allen Mitteln diese anschwellende Bewegung zu unterdrücken, aber es reichte nicht. wie gesagt, ich bin auch in den Dom gegangen, man ging hinterher auseinander, aber am 5. Oktober, und ich habe mich extra nochmal beim Herrn Dombräder Quast erkundigt, ob es auch stimmt, ja, sind wir 100, 150 Leute relativ geschlossen, die damals, wie hieß die Straße damals, Karl-Marx-Allee oder Willen-Pieke-Allee, der heutige breite Weg. Das habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Gut, eine von beiden Namen hochgegangen in Richtung heute McDonald's, damals Stadt Prag. In Höhe der Bärstraße wurden wir eingekesselt von Bereitschaftspolizisten und ich sage ganz ehrlich, ich war überrascht, wie gut die ausgestattet waren in der Ausrüstung. Helm, Schutzhelm, Visier, Nackenschutz, große Helm, Schlagstock, ganz hinten stand welche mit Tränengas, Gewehre, ganz letzte Reihe waren mit Hunden und wenn man durch die Bärstraße geht, dort hinten standen die LKWs. Es kam zu einer Schlägerei und ich habe erst mal gestaunt, wie viele Stasi-Leute unter den angeblichen Ausreisewilligen, also wie viele Stasi-Leute auch da drunter waren. Ich glaube nicht, dass sie ausreisen wollten, die sollten nur bespitzeln. Einzelne Leute dann verhaftet haben, es kam aber auch unter den Ausreisewilligen, die packten sich dann auch einigen und befreiten diese wieder. Jedenfalls die Polizei rückte an und es gab richtig schöne Knüppelhebe mit ihren Gummiknüppeln. Ich sage ganz ehrlich, es wurde ein großer Teil verhaftet. Ich war wirklich nur drauf bedacht, lieber ein paar Gummiknüppel mehr, aber heil rauskommen. und wir haben es geschafft durch die Bärstraße hinten herum am damaligen schnellen Biss herum und standen dann im Rücken der Polizei Absperrung und im Dunkeln, es war ja schon dunkel, da gingen Fenster auf und aus dem Dunkeln heraus hörte man dann Stimmen wie Stasi raus Bullen weg ihr Schweine was macht ihr da so mein Kollegen aus Barleben sagte das hört sich irgendwie gut an man hatte ja schon gehört was in Leipzig los ist und jetzt war im Grunde das hier auch und erst danach kam ja bei uns die Montags Demonstration aber ganz ehrlich jedes mal wenn ich zu einer Montags Demonstration gefahren bin man hat in der Straßen man geguckt den allzumal mutiger obwohl die Angst nie ganz weg gegangen ist sag ich ganz ehrlich was waren denn in dieser Situation im Oktober 1989 deine persönlichen Wünsche oder Forderungen wofür bist du auf die Straße gegangen die Wünsche waren dass ich sag ich ganz ehrlich entweder ein einiges Deutschland aber ich habe damals noch nicht daran geglaubt dass ich vielleicht eine Ausreise Nehmung bekomme dass ich ausreisen kann denn unter dem System DDR wäre ich nicht glücklich geworden das sage ich ganz ehrlich du hast dich ja dann ab 1990 auch parteipolitisch engagiert in der CDU wie ist es dazu gekommen ganz einfach wir hatten jetzt schon viele Montags Demonstrationen gemacht es war doch schon wir waren relativ sicher je mehr kam umso sicherer fühlte man sich auch ich erinnere nur an einen Demonstrationszug wir sind vom Dom los marschiert bis zum damaligen Stadtpark dann runter zur Weinerkade zurück über die Bedantstraße die ersten kamen an die letzten gingen los also der gesamte Innenstadt war ein geschlossener Ring man fühlte sich ja doch schon sicherer ja und im Betrieb ich war im Kranbau Barleben beschäftigt wurde natürlich auch offen darüber diskutiert und ich bin mal zur CDU Zentrale gegangen in der Otto-von-Gericke- Straße es sollten ja Wahlen stattfinden ein Wahlplakat ich vergesse das nie war ein rot-grüner Apfel eine Madekammer aus mich wurmen die roten und das habe ich im Kranbau Barleben aufgehängt allein zufällig ist ein Honecker Bild mit runter gefallen das war ich könnte jetzt sagen es war Absicht es war keine aber der hing so an der zentralen Stelle da wollte ich das Plakat auch anbringen und siehe da es kam dann die ganze obere Prominenz vom Kranbau Barleben mit Parteisekter alle gucken sich das Plakat an aber keiner wagte schon mehr offen dagegen was zu unternehmen man wurde also von Mal zu Mal sicherer und wenn mir heute Leute sagen sie wussten gleich am Anfang der Demonstration dass die Einheit Deutschland und du hast dich ja im Grunde genommen auf zwei Feldern engagiert das eine war dann ja auch später im Stadtrat in Magdeburg mit ganz vielen Betätigungsfeldern die ja sehr viel auch mit dem Aufbau der Stadt der neuen Verwaltung und allem zu tun hatten aber zum anderen eben auch mit dem Aufbau der Vereinigung der Opfer des Stalinismus beziehungsweise ich denke damals noch des Bund der stalinistisch verfolgten also eine Organisation in der sich ehemalige politische Häftlinge des SED Regimes zusammen gefunden haben kannst du uns noch was berichten über die frühen Jahre des Aufbaus dieser Organisation euer Anliegen was du dort erlebt hast ja es war ganz einfach wir waren in Magdeburg waren wie in vielen anderen Städten waren viele ehemalige politische Häftlinge aber wir kannten uns nicht ich kannte hatte so Mitte der 70er Jahre durfte er ausreisen und einen habe ich im Dom wieder getroffen Johannes Becker der war in der Gruppe die das mit organisiert hat Dom Gemeinde das war für mich schon wichtig einzukennen aber noch wichtiger war andere ehemalige Häftlinge kennenzulernen um überhaupt sich mal einen Erfahrungsaustausch wir hatten wie gesagt keinerlei Unterlagen wir hatten einen Entlassungsschein bekommen aus der Haft da stand nicht drauf weshalb wieso ich hätte ja auch kriminell sein können wir hatten kein Urteil wir wollten uns gegenseitig beraten gegenseitig Mut machen wie können wir das erreichen dass wir rehabilitiert werden und dann kam es Anfang 1990 in Magdeburg zum Treffen des BSV also Bund Stalinist Verfolgter aber das war ein reiner Zufall mein Kamerad Stiel wurde VS Mitglied weil er wiederum einen kannte der in der VS also Vereinigung Doppel des Stalinismus organisiert war bei mir war es der BSV wir trafen uns dort am Moritzplatz unten innerhalb des Bürgerkomitees der lange Gang war voll man sah doch doch viel und stellte fest Menschen hast doch schon mal gesehen die ganzen jahre oder jahrzehnte das nicht gewusst dass der auch gesessen hat es war mehr am anfang eine selbst hilfe gruppe ja zum beispiel wir mussten ja in den Haftanstalten war ja riesige Arbeitslager waren das wir mussten also Zwangsarbeit leisten für maximal 18% des Lohnes ohne sozialversichert zu sein ohne Renten Beiträge einzuzahlen also wäre die DDR bis zum Schluss stehen geblieben wie sie es ja vorhatten noch die nächsten 100 Jahre hätten mir bei der Rentenberechnung vier Jahre gefehlt obwohl ich in dieser Zeit gearbeitet habe ich habe für die vier Jahre auch knapp 500 Ostmark verdient wobei letzte halbe Jahr musste ich direkt im Ringofen in einer Ziegelei arbeiten davon abgesehen also es war jeder wusste etwas jeder hatte etwas neues zu berichten wir waren reine auf gegenseitig bedacht Selbsthilfe politisch ich bin 1990 Mitglied der CDU geworden aber erst nachdem Bundeskanzler Kohl sagte Ost und West CDU wird eine CDU denn ich weiß nicht ob die damalige CDU mich aufgenommen hätte wenn ich gesagt ich bin politisch verfolgter ich werde es auf jeden fall nicht geworden dann wurde ich Mitglied ich wurde dann relativ schnell Ortsvorsitzender Magdeburg-Nord und war dann seit 1994 Stadtrat der CDU-Fraktion hier in Magdeburg und habe und habe dieses Jahr im Juni bei der Kommunalwahl dann aufgehört das hatte ich meiner Frau vorher fest versprochen und ich stehe auch dazu 15 Jahre sind genug und es sollen auch mal jüngere Leute im Stadtrat die haben andere Ideen andere Vorstellungen ich hoffe sie machen es besser Was waren denn die Punkte die dir als Stadtrat besonders wichtig waren und hatten die auch was mit deiner besonderen Lebensgeschichte zu tun ich weiß zum Beispiel dass du dich immer sehr stark darum gekümmert hast dass Bürger auch mit einbezogen werden wir würden vielleicht sagen Elemente direkter Demokratie dass man bürgernah agiert ist das ein Punkt den du bei deiner Biografie erklären würdest naja sagen wir als Stadtrat kann man nicht ohne die Bürger agieren als Stadtrat muss man in seinem Wahlbereich man wohnt ja auch dort bekannt man wird also angesprochen zu bestimmten Fragen natürlich wurden wir auch angesprochen über Rentenregelungen die überhaupt nicht beeinflussen können aber man wurde angesprochen die Straße da ist ein Gully verstopft oder da muss ein Kindergarten saniert werden oder soll eine Schule geschlossen werden aber das machen alle Stadträte das ist die direkte Demokratie die ist noch vorhanden wir machen es ehrenamtlich als Stadtrat kleine Aufwandsentscheidung ja aber ansonsten ehrenamtlich und man kommt unwillkürlich mit den Bürgern im Gespräch man lebt ja das das habe ich dann auch im Stadtrat mit eingebracht in Form von Anträgen tja ansonsten stolz bin ich darauf dass wir es geschafft haben den Platz des 17. Juni ist ja nicht so selbstverständlich in der ehemaligen DDR dass wir eine Straße Herbert-Stauch-Straße nach einen erschossen benannt haben dass wir eine Gedenktafel am Innenministerium haben anbringen können und unsere Gedenktafel im Innenhof der Gedenkstätte Moritzplatz sagt ja direkt den Opfern der kommunistischen Diktatur normalerweise wird das kommunistisch nicht gerne erwähnt wir haben Ross und Reiter genannt und ich finde das war doch schon etwas positives was wir erreicht haben Hannes wenn du nach 20 Jahren Bilanz ziehst was bedeutet die friedliche Revolution vom Herbst 89 für dich haben sich die Dinge Hoffnung die du damals hattest erfüllt und was wünschst du dir gerade vor dem Hintergrund des Jubiläums 20 Jahre friedliche Revolution für die Zukunft rückblickend muss ich sagen ich glaube es waren tausende andere Demonstranten auch wir waren zu blauäugig ganz ehrlich jeder hatte ja Vorstellungen wie das zukünftige Leben aussehen sollte wir wurden Deutschland einig Vaterland wir waren äußerst glücklich und haben uns im Grunde mehr oder weniger zurückgezogen haben gesagt naja lass das die anderen mal machen es sind nicht alle unsere Vorstellungen erfüllt worden das gebe ich auch ehrlich zu bei mir ist es mehr die politische Schiene wir haben wirklich gedacht rund 200.000 politische Opfer innerhalb der DDR da muss es ja auch genügend Täter geben es müssen also Gerichtsprozesse geführt werden es müssen viele bestraft werden 170.000 IEMs können sich auch nicht in Luft auflösen wie geht man mit diesen Leuten um wird die SED aufgelöst was passiert mit den Vermögen nicht nur der SED die anderen Parteien hatten ja auch aber hauptsächlich die SED was passiert mit diesen SED es gab ja nicht nur volkseigen betriebe es gab ja auch SED eigene betriebe es gab dieses Koko Unternehmen da hatte man ja alle seine Vorstellungen und ich sage ganz ehrlich es ist nicht alles umgesetzt worden aber ich könnte jetzt lästern sagen bei der nächsten friedlichen revolution machen wir alles besser aber ich hoffe es kommt keine mehr also das rückblickend ich persönlich muss sagen mein Leben hat sich seitdem wirklich verbessert es ist im Grunde so was ich mir vorgestellt habe nur dass man eben älter wird irgendwann wurde ich auch Rentner aber meine Vorstellung im großen Ganzen haben sich erfüllt wie gesagt bis auf Details und ich glaube das war auch nicht vorhersehbar zum Beispiel die Wirtschaft Helmut Kohl hatte blühende Landschaften versprochen ja so viel ich weiß waren wir laut DDR Propaganda fünf oder sechs größte Industrienationen der Welt aber wenn ich den Schürer Report heute lese zu 60% war die Wirtschaft die Technik verschlissen und Schürer hat selbst gesagt wenn wir als DDR weiter existieren wollen heißt nicht gesagt geschrieben müssten wir den Lebensstandard um etwa 30% absenken und wir wissen alle wie hoch der Lebensstandard der DDR Bevölkerung war ich weiß nicht ob die DDR dann noch regierbar war und deswegen ärgert mich wenn ich heute mal die Legenden höre wir hatten Vollbeschäftigung wir hatten Krankenhäuser wir hatten Kinderkrippen stimmt aber man soll mal hinterfragen was wir wirklich hatten wir lebten auf Pump und das hat man leider nicht richtig aufgeklärt das ist etwas was mich heute noch ärgert und wenn wir das jetzt im Gespräch als Zeitzeugen versuchen aufzuklären haben wir es sehr sehr schwer Hannes erlaub mir eine letzte persönliche Frage welches Ereignis des Herbst 1989 hat sich dir besonders eingeprägt aus deinem ganz persönlichen Erleben Tja das erste Mal als in diesen riesigen Demonstrationen also der Besuch der Kirche jedes Mal voll und voller es wurde dann auf den Domplatz übertragen aber dann die ersten Demonstrationen als ein Honecker Plakat auftauchte Honecker hinter Gittern war ein herrliches Gefühl und dann der Besuch der Stasi Zentrale als wir dort ihren Wachposten ihre Wachposten zwar abgezogen hatten wir dort brennende Kerzen abstellten und aus den dahinterliegenden Studentenwohnheimen Studenten mit Kochlöffeln und Blechbüchsen klapperten und Konzert machen das war ein herrliches Gefühl Hannes ich danke dir ganz herzlich dass du heute hier sein konntest mit uns deine Erfahrungen geteilt hast liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse dass Sie auch dieses Wendegespräch sich angeguckt haben eine sicherlich in vieler Hinsicht ganz besondere Biografie Sie haben gesehen sehen auch noch andere Biografien die den Herbst 1989 auf ihre Weise erlebt haben und ich denke auch hier haben wir wieder viele Anregungen bekommen über die man noch miteinander ins Gespräch kommen kann und die sicherlich auch in Zukunft noch wichtig werden ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute